Alexandre Émile Jean Yersin, international, auch Alexandre John Émile Yersin, Sternchen 22. September 1863 in Lavaux in der Nähe von Aubonne, Schweiz, 28. Februar 1943 in NHA Trang, Annahm, heute Vietnam, war ein schweizerisch-französischer Arzt und Bakteriologe, der den Erreger der Pest, Yersinia Pestes, entdeckte. Ihm zu ehren wurde die gesamte Bakteriengattung Yersinia genannt.